Halli, hallo, hallöchen zu der Auswertung von dem Gewinnspiel Mirror's Edge. Ja, ich freue mich natürlich, 43 Leute oder 44 Leute haben mitgemacht. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so schön da mitgemacht habt. Finde ich richtig cool. Und ja, ich will hier gar nicht lang rumprabbeln und will euch natürlich den Gewinner sagen. Und das machen wir jetzt auch ganz einfach mal, denn wir machen diesen hier. Da ihr seht schon, wer alles mitgemacht hat. Timo Bang, Johannes Finger, Matze Koch, Lolly Alice, Minecraft, 1HD, Dead Legend, The Cross Lost, Maniac Dogger, Creeper Fireplace, Everytime Game Over, Subasa Ando, Tim Merkel, Filemon HD, Maurice Puffert, Let's Mark Place, Hans Klaus, Adrian Army, 14, Viktor Heimbuch, Metin 2, Polizei 98, lustiger Name, Technobuzz, 222, Magi ZLP, Styra Rasse, The Owning Spirit, Talent 68, Habe 216, The Schnitzel, Jackie Miller, MC Hero, Anro Gaming, Creative, Miner 2000, Lulu P, Mushroom Coup, The Tutor, was weiß ich nicht, wie man es ausspricht, Lukas Arnie, Klobert, Maxim LP, Steinzeit Mensch 1, Fossil Gaming, Graskopf 2500, Mr. Manglas, Katzen 48, Sandro, Vevo 1, Blackbeat HD, The Timo Zone. Ja, ihr seht schon, 44 Leute sind's. Und ich mache das einmal so hier. Gehen wir auf random.org. So. Dann haben wir hier schon den Zahlengenerator. Und ihr habt gesehen, 44 Leute sind's. Dann machen wir mal Minimum 1, maximal 44. Und jetzt mal schauen, was für eine Zahl rauskommt. Und ich drücke, ich drücke, ich drücke die Zahl 31. Die Zahl 31, jetzt schauen wir mal, wer die Zahl 31 hat. Und die Zahl 31 hat Lulu P. Ja, Lulu P, herzlichen Glückwunsch zu dem Spiel Mirror's Edge. Du hast es gewonnen. Ich werde dich per PN darüber benachrichten. Du hast 24 Stunden Zeit, mir zu antworten. Ansonsten werde ich das Ganze nochmal machen. Und eine neue Auslosung. Ja, machen wir es ganz einfach so. Es sollte halt jedem die Möglichkeit geben sein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und ich sage bis zum nächsten Gewinnspiel oder bis zum nächsten Vlog. Und bis dahin. Tschüssi, euer Boots.